Wir befinden uns hier in den Räumen der neuen Ausstellung, die im Kieler Stadtmuseum am Sonntag öffnet wird unter dem Titel Kiel wird grüner, der Wandel des Stadtbildes in den 20ern und wir laden ein, sich hier auf Spurensuche zu begeben. Wir zeigen den Wandel des Stadtbildes in den 20ern und es gibt viele interessante Themen zu entdecken. Es geht um Wohnen, es geht um Freizeit, Sport, um Grüngürtel. Ja, und die Ausstellung ist zu sehen bis zum 28. Mai. Ja, und die Ausstellung ist zu sehen bis zum 28. Mai.